Was geht ab, Schildkröten-Gang? Heute spielen wir mal wieder Mord-Mysterium, aber Leute, ich werde heute nicht der normale Orksi sein, sondern... Wow, sondern wir sind einfach eine extrem winzige Fliege. Leute, schaut euch das mal an. Wir sind einfach super klein. Junge, ich wusste nicht mal, dass es in diesem Spiel hier wirklich funktioniert. Schaut euch das mal an, wie und wer ist das? Okay, Leute, lasst euch alle ein Like und ein Abo da, damit wir direkt starten. 1, 2, 3, let's go, liken, abonnieren. Ich werde heute komplett meine Fan-Mädchen-Hops nehmen und die ganzen anderen auch. Oh yeah. Und Leute, seid ihr schon bereit für Mord-Mysterium? Hm, seid ihr schon ready, Leia? Natürlich sind wir schon bereit und weißt du was, Orksi? Ich bin sowas von überzeugt, dass du der Mörder bist. Warte mal, ich der Mörder? Oh nein, Leute, ich bin heute nicht der Mörder, aber Leute, ich bin einfach eine extrem, extrem winzige Fliege. Und genau deswegen werde ich mir das Ganze zunutzen machen. Davon ist schon Orksina. Ich würde sagen, Leute, ich habe eine Idee. Ich verstecke mich einfach hier hinter. Alter, schaut euch das mal an, Leute. Man sieht mich einfach kaum. Ich muss nur noch einmal hier drehen, Leute, dann wäre es wirklich perfekt. So, bap, 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 boom. Alter, Leute, man kann mich einfach kaum sehen. Wie krass ist das bitte? Und Orksina läuft hier einen Moment an mir vorbei. Alter, da vorne war auch gerade die Sabine, Leute. Und Leia ist an mir vorbeigelaufen, ohne dass sie mich sieht. Alter, wie cool ist das bitte? Hey, Orksi, Baby, wo bist du eigentlich? Ich kann dich beschützen. Ähm, wo ich bin, Leute? Ich bin irgendwie in die Runde nicht reingekommen. Wir müssen irgendwie alleine spielen, ja, ja. Was, Orksi, du bist nicht drin? Oh, Mann, oh, warte mal, was? Leia wurde jetzt gerade geschickt. Ein Moment mal, Leia ist nicht mehr drin. Oh, nein, das kann es doch nicht sein. Ey, Orksina, wo bist du denn? Siehst du bald irgendeine Bank? Setz dich da mal hin. Vielleicht siehst du ja irgendwo dann, äh, den, den, den Killer, ganz genau. Was, mich hinsetzen? Hm, okay, ich ja mal auf dich, Orksi-Schnucki. Oh, Mann, Leute, let's go, Orksi. Das ist ja direkt das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist herausfinden, wer der Sheriff ist. Und danach müssen wir auch nur noch den Mörder identifizieren. Und genau dann kann ich den Mörder abknallen. Okay, wir warten einfach mal, bis irgendetwas Auffälliges passiert. Ey, Leute, wer von euch ist eigentlich der Sheriff? Ich bin der Sheriff und niemand kriegt meine Waffe. Ich bin die Beste. Okay, Daisy ist der Sheriff, Leute. Die beiden sitzen hier jetzt. Wir müssen einfach nur warten, bis der Mörder kommt und beide einfach ins Grab schickt. Und dann nehmen wir uns einfach hier die Knarre und kleine sowas von ab. Ich werde die Runde noch gewinnen, Leute. Oh, nein, Leute, ich glaube, der Mörder kommt. Oh, Sabine, kommt, Leute, sie sollte der Mörder sein. Was? Oh, oh, einen Moment mal. Alter, der Sheriff hat einfach Sabine abgeknallt. Wir haben einfach gewonnen, Leute. Let's go. Was, Orksi? Wir haben gewonnen. Aber wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Äh, wo ich war? Ach so, Leute, ich gucke heute nur zu, wie ihr so spielt. Haha, Leute, wenn die wüssten, Alter, ich bin einfach so winzig, dass niemand mich sieht. So, Leute, wir sind wieder drin und ich bin diesmal schon wieder unschuldig, Leute. Und diesmal werden wir natürlich direkt probieren, die Mörderwaffe zu bekommen, beziehungsweise die Sheriff-Waffe und direkt den Mörder abzuknallen. So, ich suche mir jetzt allererst ein richtig gutes Versteck. Und zwar, Alter, hier vorne, das ist voll krass, oder? Nee, Leute, warte, wir schauen erst mal. Oh, Leute, ich habe eine Idee. Ich lasse euch hier einfach hoch und verstecke mich hier ganz oben. So, bap, 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 bap. Na los, kommt schon alle her. Wir besprechen jetzt, wer der Mörder ist. Oha, Leute, dort ist Sabine, dort ist Orxina, mein Fanmädchen und dort vorne ist auch Leia und Daisy ist auch da, Leute. Ich würde sagen, ich muss einfach ganz still und heimlich zuhören. Oha, checkt das mal ab, da vorne stehen die alle. Okay, mal schauen, wie die so reagieren. Warte mal, aber man kann immer hintereinander werden. Und Daisy, warum bist du eben so spät gekommen? Oh yeah, mich sieht hier keiner. Ich bin schon wieder nicht reingekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Spielt ihr einfach ohne mich? Leute, die glauben das. Ach ja, okay, ich bin auch keine Mörderin. Okay, und wer ist der Sheriff? Oh yeah, wer von euch ist der Sheriff? Ich bin echt mal richtig gespannt. Ich bin der Sheriff. Oh, Alter, Oxy, das ist einfach die Mörderin. Das war ein Trink von ihr. Wie fies ist das bitte? Oh, okay, okay, Leute. Na los, kommt alle her. Boom, und ich hab die Sheriff Waffe, Leute. Ich hab die Sheriff Waffe. Ich kann jetzt einfach jeden anderen retten. Okay, ich muss nur warten. Daisy, renn hier vorne hin. Schnell, schnell, schnell. Na los, la renn schon weiter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich werde euch alle ins Grab schicken. Boom, 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 boom. Und da vorne kommt Oxida, Leute. Einfach kurz auf die Heile. Für Oxida, Baby. Und boom, let's go. Hey. Ich hab sie bekommen. Let's go. Hey, Oxida, ich hab dich einfach besiegt. Hä, warte mal, Oxida. Ich hab gedacht, du wärst gar nicht mal im Spiel. Äh, warte mal, doch. Ich war im Spiel. Habt ihr mich etwa nicht gesehen? Hab ich einfach gesehen. Und ich hab einfach für mein Team gerade gewonnen. Let's go. Oh, Oxi, du hast mich gerettet. Dankeschön. Oh, yeah. Jetzt hab ich euch noch gerettet. Aber in der nächsten Runde werde ich der Horrormörder sein. Hahaha. Oh, yeah, Leute. So, Leute. Nächste Runde. Und genauso, wie ich gesagt habe, ich bin einfach der Mörder. Was, Leute? Dürfen nicht einfach so in mir reinlaufen. Boom. Ich würd sagen, Leute, ich versteck mich erstmal hier vorne, Leute. Bam, 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 bam. Hier sollte mich keiner sehen. Und ich werd erstmal ein bisschen zuhören, denn das allererste, was ein Mörder herausfinden muss, ist, wer ist der Sheriff? Äh, Leute, ich bin auch diesmal in der Runde drinnen. Wer von euch ist der Sheriff, wenn ich einfach mal so fragen darf? Ich bin Sheriff. Warte mal. Alle stellen sich an die Wand. Daisy, du bist der Sheriff. Okay, ich komme, Leute. Alle an die Wand stehen, ja? Okay, Leute, das sollte ja mal richtig gut funktionieren, wenn Daisy der Sheriff ist. Oh, man, Oxi, Baby. Soll ich dich vielleicht suchen und beschützen? Ähm, oh, ja, ganz genau. Suche und beschütze mich. Aber lasst erstmal alle zu Daisy gehen, ja? So, lapp, 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 Leute. Okay, ich geh direkt los. Okay, Leute, alle stellen sich an die Wand. So, na los, schnell einmal runterschleichen. Und was? Da vorne stehen die schon alle an der Wand? Ich glaub's nicht. Okay, Leute, das ist ja mal richtig spannend. Ich würd sagen, als allererstes probier ich einfach Daisy irgendwo hinzulocken. Äh, Daisy, ich brauch Hilfe. Hier ist, glaub ich, der Mörder bei mir. Komm schon, schnell die Treppen hoch, bitte. Na los, komm schnell hoch. Oh, doch, hier vorne ist der Mörder. Na los, komm schon. Okay, drei, zwei, eins. Und zack, zack, zack. Ha, bam. Nimm das, nimm das, nimm das. Bam, bam, bam. Let's go, Leute. Oh, Mann. Hey, Leute. Wisst ihr eigentlich, wo Daisy ist? Ich hab sie gar nicht gesehen. Die ist hochgegangen, oder nicht? Oh, die ist hochgegangen. Ich weiß nicht. Ich würd sagen, einer schaut nur nach, Leute. Sonst ist es zu gefährlich, oder nicht? Oxina, willst du einfach nachschauen? Okay, komm, Oxi, Baby. Also eins und nimm schon das. Let's go. Boom. Boom, komm her, zack. Ich hab sie, Leute, let's go. Ich hab einfach zwei nebeneinander geholt. Leute, ich wollte grad mein Messer werfen, aber irgendwie ging das nicht. Was hat sie denn da gerade? Ey, ey, Leute, Leute, ich bin hier oben. Hier liegen irgendwie zwei Leute nebeneinander. Komm, renn schnell weg. Hier oben ist der Mörder, Leia, renn schnell weg. Pass auf, da liegt ein Messer. Siehst du, du musst aufpassen. Na los, ey, pass auf, Sabine. Okay, Leute, ich würd sagen, jetzt jahre ich sie als allererstes, Sabine. Oh, warte mal, hey. Bam, 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 let's go. Oh, haha, ich hab einfach Sabine geholt. Warte mal, das ist ein schwebendes Messer. Was, ist sie ein Hacker? Oh, ja, da ist bestimmt ein Hacker. Ey, Leia, ich würd sagen, geh lieber schnell zu Sabine. Ah, ich weiß es, bei Daisy liegt die Waffe. Du musst schnell zu Daisy. Komm, na los, renn schon zu Daisy. Zu Daisy, okay, okay. Ich renn schnell dorthin und bitte sag der Mörder sich dort. Oh, nein, der Mörder wird ja ganz bestimmt nicht sein. Boom, ich hab die Waffe. Okay, wenn ich noch ein schwebendes Messer sehe. Oh, jetzt musst du nur noch die Treppe runterlaufen, dann kannst du den Mörder bestimmt holen. Let's go, Leute, sie läuft runter. Oh, da. Let's go. Ey, Leute, ich hab euch alle geholt. Ich war die ganze Zeit der Mörder. Oh, yeah. Hä, aber warte mal, wir haben dich doch gar nicht mal gesehen. Wo warst du? Warte mal, ihr habt mich gar nicht gesehen. Was redet ihr, Leute? Ich bin der ganz normale grüne Schildkrötenjunge Orxy. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Ich war doch eine ganz normale Schildkröte. Leute, ihr müsst mich decken. Schreibt alleine eins rein, damit sie mir glauben. Oh, ja, Leute, ich war der ganz normale grüne Schildkrötenjunge. Alleine eins in die Kommentare. Oh, yeah. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch Orxy nicht gesehen habt. Oh, ja, Leute, schreibt mal rein. Habt ihr mich auch nicht gesehen? Die glauben das einfach voll. So, Leute, mal schauen, wer diesmal der Mörder ist. Und, Leute, ich bin zwar nicht der Mörder, aber ich bin diesmal der Sheriff. Und das bedeutet, ich muss einfach direkt am Anfang den Mörder identifizieren. So, boom. Ich würde sagen, Leute, die erste Runde, wo ich mich einfach zeigen werde. Ey, yo, Daisy, alles gut bei dir? Ich hab mich irgendwie verwandelt. Schau mal, ich bin irgendwie hinter dir. Hä, ich seh voll komisch aus, Alter. Was ist los mit mir? Hä, wo bist du denn? Ich bin hier unten auf dem Boden. Guck doch mal runter hier. Ah, was bist du denn? Ja, ich weiß auch nicht. Ey, Leia, ich hab mich irgendwie verwandelt. Die ganzen Leute haben so viele Likes da gelassen. Deswegen bin ich jetzt irgendwie eine Fliege. Eine Fliege? Eine Fliege? Oh, ja, ganz genau. Ich bin irgendwie eine Fliege. Sind die nicht solche Fliegen? Ähm, die stehen immer auf Pupsi und so. So wie Bindi, weißt du? Nein, 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 nein. Ich bin eine Mücke. Das heißt, komm, Leia, ich steck dich. Ah, Wasser. Nein, keine Mücke. Okay, Leute, ich würde sagen, als allererstes müssen wir herausfinden, wer von uns der Killer ist, ja, Leute? Wer ist der Killer? Ich nicht. Ich auch nicht. Also, Leute, ihr wisst selber, wir müssen unbedingt identifizieren, wer der Killer ist. Wer von euch ist denn der Sheriff? Ich würde sagen, ah, ich habe es gerade gesehen. Leute, wir lügen einfach mal ein bisschen. Ich glaube, Daisy war der Sheriff. Oh, ja. Mal schauen, was passieren wird, Leute. Warte mal, Daisy ist der Sheriff? Ich höre nicht, Axia. Warte mal, was? Alter, Axia ist einfach der Mörder. Okay, Leute, keine Sorge. Ey, Daisy, tut mir echt leid, ja, aber ich musste das tun, denn jetzt kann ich einfach rausfinden, wer der Mörder ist. Und es ist einfach wirklich hier vorne, Leute, einfach die gute alte Axia. Aber was? Die verfolgt einfach ihren Einzelnen. Okay, ich stelle die Waffe rausholen. Axia! Boom, 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 boom. Weißt du was, Axia, ich werde jeden für dich in den Grab schicken. Oh, yeah, ganz genau. Ey, Leia, hör mal zu, ich bin der Sheriff, keine Sorgen. Leia! Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Schwingst du zu retten zu mir? Da vorne kommt der, äh, Sabine, ich werde dich retten, mach dir keine Sorgen. Ah, zack, 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 zack. Oh, nein, Sabina, ich werde dich trinken. Und zack, let's go, Leute. Schür dich, Axi. Oh, ho, 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 es ist gefährlich. Na los, na los, du holst sie schon, du holst sie schon. Na los. Let's go, let's go, let's go. Und boom. Ich hab dich einfach geholt. Ey, Axi, ich hab dich von Anfang an gelungen. Ich war die ganze Zeit der Sheriff, oh, yeah. Warte mal, was hast du dich reingedickt, Axi-Pupsi? Oh, yeah, schau dir mal meinen Dance an. Ich war der Sheriff, ich war der Sheriff, oh, yeah. So, Leute, nächste Runde und ich bin mal wieder der Mörder. Oh, yeah, Leute, ich würde sagen, ich habe gerade halt ein bisschen zu viel gemacht, Leute. Das heißt, die Leute misstrauen mich, ich würde mich am Anfang erst mal verstecken. Hey, Leute, wo seid ihr eigentlich alle? Ich bin in der Mitte. In der Mitte, ach so, ich würde sagen. Ich bin hier in dieser Fabrik. Wer von euch ist der Sheriff? Könnt ihr mir das vielleicht einfach mal sagen, bitte? Warum soll ich mir hier das sagen? Warum denn nicht, Leute? Ganz genau, was ist, wenn du der Mörder bist, du direkt den Sheriff ins Grab schicken willst. Ach so, nee, nee, okay, Leute, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, ihr wisst selber, Leute, ich bin hier die Fliege. Ja, wir müssen erstmal alle jetzt wirklich zusammen agieren, ja? Also, Leute, hört mal zu. Ihr merkt doch selber, wir sind gerade alle hier. Nur der Letzte, der gekommen ist, das war hier gerade dieser Typchen. Der ist als Letztes gekommen, ne? Was wird hier? Sabine ist als Letztes gekommen. Ja, ich meine natürlich Sabine, Leute. Sabine ist als Letztes gekommen. Das bedeutet, ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich denke, Sabine könnte der Mörder sein. Was denkt ihr, Leute? Warte mal, aber nur weil Sabine später gekommen ist? Ähm, ja, das könnte schon sein, oder nicht, Leia? Hey, warte mal, bleib mir mal fern, okay? Hey, ein Moment mal. Leute, Leia ist nicht so blöd, wie ich dachte, aber... Hey, Oxina, hör mal zu. Ich glaube auf jeden Fall, dass hier vorne... Du vertraust mir doch, oder nicht? Oh ja, natürlich, vertraue ich dir, Oxi-Pupsi. Aua, ja, schau dir mal meinen Tanz an. Könnte ich mit meinem Tanz irgendetwas aushacken? Nein. Also, hör mal zu. Der hier ist als Letztes gekommen, die Sabine. Daisy, du vertraust mir doch auch, oder nicht? Also, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Du hast mich eben ins Grab geschickt. Nein, 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 nein. Ich habe dich doch nicht ins Grab geschickt. Ich habe einfach nur gesagt, du sollst kurz da liegen bleiben, weißt du? Okay, Leute, ich würde sagen, also, ich glaube, Sabine ist. Was denkt ihr? Na gut, du kannst erst mal beweisen, dass du es nicht bist. Sabine, beweis es schon. Kommt mit, ich kann euch beweisen, dass ich nicht die Mörderbogen bin. Okay, let's go, Leute. Wir laufen alle hinterher. Und, warte mal, hier ist so ein Gerät. Okay, wartet mal, Leute. Wir gehen da mal alle erst einmal durch. Hey, hört mal zu, Leute. Guck mal, der ist alleine weggegangen. Leia, ich bin mir sicher. Erster Mörder, du musst ihn jetzt einfach abknallen. Okay, wir warten, bis er wieder runterkommt. Du hast recht, aber warte mal, woher weißt du, dass ich der Sheriff bin, Oxi? Ähm, ich, ich denke es einfach, hm? Du könntest doch der Sheriff sein, weil du hast, naja, so, so komisch reagiert. Oxi, ich weiß ja nicht, was du denkst, aber ich bin auf jeden Fall nicht der Sheriff. Ich glaube, es war Daisy oder so. Warte mal, Leia, du bist nicht der Sheriff? Okay, wartet mal, Leute. Kommt nochmal alle her, ja? Irgendjemand hier muss doch der Sheriff sein. Wer ist es? Daisy, bist du? Sag uns einfach die Wahrheit, bitte. Sollte ich dir das sagen, was ich bin? Na gut, hey, hör mal zu. Daisy? Daisy, ich bin mir sicher, wir alle glauben, dass es Sabine ist. Knall sie jetzt schon ab. Los, 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 du musst sie abknallen. Wir glauben das, ja, also ich bin der Sheriff. Ja, 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 okay, oh, na los, klar, sie ist schon ab. Oh, Mann, warte mal, sie war es ja doch nicht, Leute. Oh, nein, warte mal, heißt es etwa Oxina ist? Äh, nein, kann sein, dass Oxina ist, ja, knall mal einfach Oxina ab, oder? Nein, ich habe jetzt die neue Sheriff. Warte mal, was, okay, ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Oh, ja, Oxi, ihr seid los, geht in den Raum und findet ihn. Oh, nein, Leute, ich muss mich ganz schnell verstecken. Oh, ja, Oxi, wo bist du? Warte mal, wo bist du bitte hin? Und, zack, und bam. Vorarziehen, haben wir siegt. Hey, Lea, renn ja weg, weil jetzt komme ich, ich bin der Mörder. Du kannst mich doch verschonen, oder nicht? Also, Lea, du hast eine Chance, verschonen zu werden. Du gibst zu, dass Schildkröten die besten sind. Ähm, reingelegt. Lass mich überlegen. Hey, was ist das? Oh, Mann, komm her, ich kriege dich, Lea. Oh, nein, ich fällst zur Waffe. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, das darf ich nicht zulassen. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, nimm das. Boom. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Ah, Leute, sie hat die Waffe, ganz ruhig. Hey, hör mal zu, ich glaube, Oxina ist der Mörder, wirklich, Lea. Was, Mann, Oxina ist doch schon längst ins Grab geschickt worden. Ach so, stimmt. Na gut, Leute, ich würde sagen, lasst uns einfach Frieden schließen. Ja, Lea, lasst uns einfach Frieden schließen. Wir brauchen nicht, dass wir streiten, das ist aber ganz ehrlich. Hm, okay, weißt du, du hast eigentlich recht, weil ich meine, du siehst ja schickst. Ach so, ey. Ich bin heute in dem Team Mücken, Alter, ich bin heute eine Mücke, Leute. Bam, bam, Leute, nächste Runde und ich bin diesmal unschuldig. Okay, ich probiere mal diesmal ganz normal zu spielen. Leute, ich bin unschuldig. Ein ganz unschuldiger Säschen. Wir glauben dir, Oxi. Hä, warte mal. Wir glauben mir nicht. Hä, Leute, ganz ruhig. Was, was solltet ihr das? Nein, ich wurde direkt geholt von Oxina. Oxina, warum machst du denn so was? Oh, Mann, das kann es doch nicht sein, Oxina. Ich dachte, du magst mich. Oxi, das war so verdient. Oh, Mann, was war Oxina? Ich schieb dich nach. Ich habe euch heute sowas von hauptsächlich geprankt. Damit würde ich sagen, Schildkrönen Gang. Falls euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Hier rechts und links findet ihr noch weitere extrem coole Minecraft und auch Roblox-Videos, Leute. Drückt unbedingt drauf, um mehr von uns zu sehen. Und die letzte Runde hat einfach Oxina gewonnen. Da tanzt ihr einfach. Alter, wie fies ist das bitte? Leute, drückt auch das nächste Video drauf, um mehr von uns zu sehen. Tschüss, abonniert. Und wenn ihr mehr Pranks sehen wollt, dann lasst ein Like da und drückt auch das nächste Video. Tschüss. Abonniert und Oxi, kannst du jetzt wieder eine Schildkürze werden? Das gefällt mir lieber. Ähm.